Hallo meine Freunde und herzlich willkommen und ich darf euch begrüßen und ich wünsche euch einen wundervollen rammontischen Abend. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig geil. Ihr hattet eine geile Nacht. Ich habe leider nicht ganz so geil geschlafen, muss man sagen. Aber Leben ist harsch, sagt man. Und deswegen gibt es jetzt die Patch Notes 10.5 und die, meine Freunde, die sind, da ist wirklich richtig, richtig viel drin. Also da müssen wir, ich hoffe, das wird nicht zu lang werden, aber hier haben wir wirklich viel, 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 viel Content. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt einfach mal an. Ähm, ich habe natürlich das rammontische Setup hier an und auch einen Joy-Anzug. Ja, was soll's. So, ähm, dafür habe ich aber kein Tanktipp. Na gut. Äh, so, fangen wir an mit Alistair, meine Freunde. Alistair wird etwas gebufft, das heißt, er bekommt mehr HP und seine Passive ist jetzt so, dass er direkt, nachdem er so rumgebrüllt hat durch seine Passive, also die Leute um sich herum geheilt hat, kann er sofort wieder Stacks aufbauen. Das war vorher so ein 3-Sekunden-Timer, die er warten musste, bevor er Stacks aufbauen konnte. Ist ein netter Buff, ist jetzt nicht heftig, aber das ist so eine kleine Stellschraube, wenn du sagst, ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück und dann platzt das komplette Ventil raus. Ja. Äh, Amomo wurde ja letzte Zeit öfters gebufft, wird jetzt wieder backbufft, kann man sagen, also rückgebufft, also genervt, also revertet, wie man auch im Fachjargon sagt. Äh, Ultimate hat jetzt 250 Sekunden Cooldown, finde ich auch gut, weil das ist schon eine verdammt starke Ultimate, ne, wenn du einfach mal alle nimmst und umarmst, so, was Amomo halt gerne macht. Ähm, Umarmungen sind schön und cool, aber, ne, also, es sollte ein Cooldown drauf sein. Bart wird genervt, habe ich gar nicht so mitbekommen, scheint im Pro-Play oder im High-Elo-Play, im High-Tier-Play, High-Levels-Of-Play sehr stark sein. Keine Ahnung, kann ich ja nicht mehr drehen. Äh, ja, macht jetzt weniger Damage mit seinen Chimes, wie auch immer sie ausgesprochen werden. Blitzcrank hat ein bisschen weniger Rüstung, finde ich absolut fair, weil, ja, jeder hat Blitzcrank. Graves, meine Freunde, Graves. Lass uns kurz über Graves reden. Äh, Graves ist aktuell überhaupt kein Ding mehr, niemand spielt ihn, wurde er oft genervt, dies, das. Er kriegt jetzt Magier Distance mehr und mehr Magier Distance pro Level, das ist ein sehr, sehr starker Buff, weil Magier Distance, beziehungsweise AP, Damage, ist die größte Schwachstelle von Graves. Weil er ja durch seine E, kriegt er Resistenzen, aber nur Rüstung. Damals war es auch Magier Distance, das wurde so entfernt, das heißt, er kriegt nur Rüstung. Und jetzt kriegt er wieder ein bisschen Magier Distance dazu. Das ist zwar so ein bisschen widersprüchlich, man sagt, hey, wir nehmen ihm die Magier Distance weg, damit er eine Schwachstelle hat. Und jetzt geben wir ihm Magier Distance, damit seine Schwachstelle nicht mehr so groß ist. Ja, also ich weiß nicht. Ich finde, ähm, dann hätte man auch sagen können, hey, wir geben ihm noch mehr Rüstung. Und seine Stärke halt zu highlighten, aber gut, ich will jetzt nichts sagen. Außerdem macht seine Q jetzt, ähm, kostet weniger Mana und hat weniger Cooldown. Graves ist so auch dieser Champion, ich glaube, wenn ihr Graves richtig, richtig gut beherrscht, ist ein richtig guter Carry-Jungler. Der Dude kann auch, wenn man es nicht glauben mag, richtig gut ganken. Du kannst den Gegner komplett Counter-Junglen. Du hast einen Range-Jungler, muss man auch einfach mal sagen. Ja, das ist alleine schon ein krasser Vorteil, wenn du gegen einen anderen da im Fluss rumdienst und er ist ein Nahkämpfer. Äh, du kannst super Full-Damage gehen und du kannst vor allem Crit- und Carry-Items bauen, um einfach im Late-Game als... Also Graves, wenn du den richtig gut kannst, Graves ist auch so ein Champion, den viele Booster spielen, wenn er dann stark ist. Äh, also, kann sich lohnen. Kaiser wird ein bisschen, ja, genervt buff, kann man sagen. Im Prinzip ist es aktuell so, du kannst AD und AP gehen und du kannst auch hier noch ein Stundenglas und im Prinzip scale alles mit allem. Und das soll jetzt ein bisschen deutlicher werden. Das heißt, die Q ist AD, das heißt, die hat jetzt weniger AP-Scaling. Dafür ist die auf AD jetzt stärker tatsächlich, hat jetzt zwölf mehr Siles. Und die W hat ein besseres AP-Scaling und mehr Cooldown-Reduction, allerdings weniger Attack-Damage-Scaling, ja. Also klarere, ne, willst du mit der W-Damage machen, brauchst du ein bisschen mehr AP. Okay, Cain. Cain spiele ich in letzter Zeit wieder ein bisschen öfter, vor allem auf Shadow Assassin, aber nur weil es Spaß macht, Leute. Spiel den Bit of Darkin. Er wird gebufft, finde ich sehr cool. Das heißt, seine Passive, er bekommt jetzt mehr Stacks. Auf Surrender 20 Stand 3% werden es ungefähr sein. Das bedeutet, ab der 5 Minute, vorher war es so, dass es zum Beispiel bei Minute 8 krieg ich ja mehr, dann bei Minute 10, bei Minute 12 oder irgendwie so ähnlich. Und jetzt bekommt er jede Sekunde ab der 5 Minute. Das heißt, bei Minute 5, Minute 5, 1, Minute 5, 2. Also wie viele Essenzen er bekommt. Die Prozentzahl, die stackt die ganze Zeit hoch. Das ist ziemlich cool. Außerdem, Blades Reach slowt jetzt um 70%. Das ist actually, ich finde diesen Fun, Fun, diesen Spell ja immer sehr useless eigentlich, weil er kaum Damage macht. Ähm, also zumindest in der normalen Form. Und jetzt, 70% ist wirklich verdammt stark, muss man sagen. Also ja, das gilt natürlich aber nur für den Shadow Assassin und für die normale Form, weil die Darken Form knockt ihr ab. Das heißt, der Slow bringt ja gar nichts. Lissandra, meine Freunde, Lissandra. 0,8 AP Power Scaling. Ja, Zappalotti, das ist ja insane. Das ist ja, 0,8 ist ja insane. Das ist ja richtig cool. 0,8. Also, Leute, das finde ich richtig cool. 0,8 ist richtig, also das ist sau viel, vor allem der Spell ist super spambar. Und ich habe mich ja immer beschwert, dass sie zu wenig APs gegen hat. Aber, also ich persönlich finde 0,8 auf diesem Spell, glaube ich, sogar schon zu stark. Weil sie kann, das Ding hat einen Cooldown von zwei, maximal zweieinhalb Sekunden später. Ähm, 0,8 Bruder. Und auch Nico. Nico ist ein Champ, da, irgendwann werde ich sie nochmal ein bisschen spielen. Das ist, mit der kann man echt viel machen, wenn man sie kann. Ist vielleicht ein bisschen zu unmobil für mich, aber, hm. Äh, das heißt, sie kriegt jetzt, das mit dem Attack Speed ist sowieso, das wird gebofft, genervt, gebofft, genervt. Äh, ja. Hat jetzt wieder ein bisschen mehr. Wichtig ist aber, ihre E hat jetzt mehr AP Scaling. 0,2, ähm, ne, Flat Scaling. Das ist ziemlich stark. Allerdings muss man auch sagen, 0,4 ist echt verdammt wenig. Wobei der Spell, wenn wir fair sind, du kannst ja halt einfach, du wirfst den nach New York und Japan wird auch noch geroutet, so. Ne, das ist komplett krank. Das Ding ist einfach, geht sau weit, fliegt durch Gegner durch. Ist ein ziemlich guter Spell. Das Schild auf der Ultimate ist auch noch ein bisschen besser. Scaling ist besser, ein bisschen stärker. Ist nett. Orn. Orn. Orn ist richtig scheiße. Ich meine, du gehst Orn Full Tank. Seine W macht irgendwie 20% Max Life Damage. Und seine Passive macht auch nochmal 20%. Ich glaube, seine W macht 16 oder 18 oder sowas. Das heißt, mit einer Kombo, W-Auto-Tag-Kombo wohlgemerkt, wenn man das als Kombo bezeichnen kann. W-Auto-Tag. Machst du 36, 38% Max Life Damage. Das ist komplett dumm, Leute. Du gehst Full Tank, machst 38% Max Life Damage. Einfach so. Wird jetzt ein bisschen generft auf 10 und 18. Und die Passive ist jetzt quasi erst ab Level 13. Das ist also ein Level später, das Ganze. Ähm, ja. Mal sehen. Ramos verliert ein bisschen Attack Speed. Set kriege ich gar nicht mehr mit. Also, ich sehe nie Set. Aber wird anscheinend sehr viel gespielt, vor allem noch im Jungle. Hat jetzt weniger Rüstung, hat ein bisschen weniger Recken. Und auch die Slow Duration von der Ultimate ist verringert worden. Dann haben wir Sivir. Sivir sieht man aktuell auch überhaupt nicht mehr. Sivir war jetzt, wie es halt immer so ist mit den ADKs. Sie sind zu stark, dann wird sie genervt, dann ist wieder ein anderer stark, dann wird der genervt, dann ist wieder ein anderer. Äh, ja, Sivir macht jetzt, hat jetzt mehr Attack Damage Scaling. Und, ja, das ist ziemlich cool auf jeden Fall. 1,3 Attack Scaling. Das büllert rein. Und auch die Ultimate gibt ein bisschen mehr Move-in-Speed. Sona wurde vor, keine Ahnung, Patch 10.4. Was ist denn das jetzt hier für ein Patch? 10.5. Okay. Stopp. Wo bin ich? Wo ist Sona? Hilfe! Sona! Sona, komm zu mir! Okay, da ist sie. Äh, weil hier steht, wir nehmen, ach, das waren die Mid-Changes. Okay, das waren so Hotfix oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ähm, wird hier gesagt, wir rudern zurück. Das heißt, es wird reverted, was gemacht wurde, mit Patch 10.4. Aber im letzten Patch, deswegen fühlt mich, das haben die ja gemacht, dass die Mana-Kosten angehoben werden. Oder haben sie diese Änderung jetzt entfernt? Aber das steht nirgendwo. Aber das wäre das Logische, dass die sagen, hey, wir nehmen dieses, dass man, das war ja so, wenn Sona einen Zauber macht, dass die Mana wiederbekommt, wenn ein Verbündeter in der Nähe ist. Ähm, also es würde Sinn machen, wenn diese Änderungen jetzt wieder weg sind, auch wenn das nicht steht. Ähm, aber vielleicht ist es auch einfach nur das hier. Mehr Move-on-Speed auf der E und mehr Attack-Damage. Denn die Support-Items werden geändert. Ja. Da kommen wir aber gleich zu. Dann haben wir noch Jungle-Champions. Darius, Mordekaiser, Poppy werden alle drei gebufft. Gerade Darius macht jetzt 175 Prozent. Hier frage ich mich erstmal, warum sollten Darius, Mordekaiser, Poppy junglen? Ihr wisst meine Einstellung. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ich habe jetzt Talon-Jungle gespielt. Und Talon-Jungle ist eine komplette Katastrophe. Warum wird Talon-Jungle nicht gebufft? Warum darf Graves eine Zigarette haben, aber Talon darf nicht junglen? Also, ähm, schwierig. Ja gut, dann Top-Lane, Leute. Top-Lane, heiliger. Ähm, wird gebufft tatsächlich. Aber nur für Nahkämpfer. Das heißt, man geht natürlich auch so ein bisschen, es werden immer sehr, sehr viele Top-Lane-Rain-Champions, Ristana, Lush und diesen ganzen. Das heißt, das will man nerfen. Und gleichzeitig will man natürlich, ähm, Top-Lane immer Impact geben. Das ist immer so ein Ding. Plates geben mehr Gold. Plates kriegen 17 Prozent weniger Damage von Rain-Champions. Das heißt, Nahkämpfer wie Top-Laner oder Talon in der Mitte, ähm, machen mehr Damage. Was heißt, die haben, ne, wenn du sagst, Top-Lane will ich dann doch lieber nen Nahkämpfer vielleicht haben, anstatt nen Fernkämpfer. Wobei Fernkämpfer natürlich pushen können und dadurch irgendwie dann vielleicht trotzdem mehr Tower-Damage machen. Auch wenn sie weniger machen. Nur gut, aber das Interessante ist, trotzdem macht jeder den gleichen Tower-Damage wie bisher. Also nicht jeder, sondern Fernkämpfer machen den gleichen. Denn die Resistenzen werden reduziert von 40 auf 15. Das heißt, du als Fernkämpfer machst genau so viel Damage an einem Tower wie jetzt. Und jetzt fragt ihr aber, ja, Tobi, hä? Ja, also der Fernkämpfer macht den gleichen, aber der Nahkämpfer macht halt jetzt dadurch mehr. Ja, weil, ähm, der Nahkämpfer, das wird ja nicht reduziert und die Rüstung wurde reduziert. Ja, ähm, Bullwark, also Bullwark wird erhöht. Das heißt, dass dieses Turbo-Pushen auf der Bord oder Mitte ein bisschen genervt wird. Ja, Items, Blade of the Rune King wird gebufft. Das heißt, gemacht jetzt für Nahkämpfer 12 Prozent, was vorher 8 war. Das ist ein ziemlich starker Buff, muss man tatsächlich sagen. Hydra hat jetzt mehr Leistung, die hat ein bisschen mehr Radius, ein bisschen mehr Distanz. Bei der Titanic, die macht jetzt auch mehr Damage, hat mehr HP-Scaling, ist ziemlich cool. Space, Heves, Edge und die ganzen Support-Items funktionieren jetzt nur, wenn ein Verbündeter in der Nähe ist. Oder ein toter Verbündeter zählt auch. Das ist cool. Ähm, das soll dafür entgegenwirken, weil viele, viele, viele Leute, so Shackos, Midlane, Toplane, ähm, Sona, Toplane und dieses ganze Support-Item-Krempelzeug spielen. Und deswegen würde es Sinn machen, ähm, dass die Sona-Changes und Soraka-Changes vielleicht auch wieder revertet werden. Naja, bei Soraka sieht es jetzt halt nochmal ganz anders, aber bei Sona würde es halt deswegen Sinn machen, weil, naja, sie wird jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr Toplane gespielt. Dadurch, dass das Item weggehört. Gehe ich einfach mal raus, wer weiß. Na gut, das Ganze gilt auch für die Tank-Variante oder AD-Variante. Äh, Tank ist ja sowieso anders, das ist ja mit diesen Seelen. Äh, Boots of Mobility wird genervt, 1000 Gold kostet das Ganze und Boots of Swishin'Nit haben jetzt 60 Move-N-Speed, das heißt 5 mehr. Finde ich ist cool, weil ich mag Boots of Mobility irgendwie nicht so gerne, ich sterbe damit immer zu oft. Und Boots of Swishin'Nit baue ich sehr gerne, das heißt eine Win-Win-Situation. Das Ding ist jetzt schwächer, baue ich eh nicht, das Ding jetzt stärker, baue ich. Pock. Ja, Aram, irgendwelche Balances, Eternals kommt jetzt dann irgendwann, Eternals sind sowas wie Achievements. Ähm, ihr habt ja noch nicht meine Meinung dazu gehört, das sind sowas wie, also die werden mit der Zeit wohl schwerer, aber bei Lee Sin ist es wirklich, no joke, Shielde 10 Ziele und dann kommt Shielde 50 Ziele und dann kommt Shielde 100 Ziele. Und ich denke mir so, wo, wo ist denn eigentlich das Achievement? Ich sehe keins, was für, dann könnten sie auch, benutze 20 mal W. Okay, also ist das in umgeschriebener Weise. Klar, es gibt auch sowas wie, hey, Insecke 10 Leute in dein Team. Oder Kicke 10 Leute in dein Team, so steht's glaube ich. Also, bei Bran steht glaube ich sowas wie, stunne Leute mit deinem Feuerball. Und ich denke mir so, okay, da könnte man dann auch einfach hinschreiben, benutze deine Spells. Benutze Ultimate of Talon 100 Mal. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht haben sie in der Zeit noch ein bisschen was rausgeholt, aber ich finde, zu den Eternals, ähm, da hätte man viel mehr machen können. Also, ein Achievement, klar, also, naja, es gibt halt Leute, die sind nicht ganz so gut in den Leak und es gibt welche, die sind in den besseren Leak. Man muss es natürlich für alle irgendwie erreichen, aber ein Achievement ist doch ein Achievement. Zum Beispiel ein S plus so. Ich finde S plus nicht toll, weil, mich hat das nie gegettet, weil es einfach, also für mich ist ein S plus oder ein S sehr einfach zu bekommen und deswegen, aber es gibt natürlich auch Leute, die haben Schwierigkeiten und deswegen kann ich das nachvollziehen, aber deswegen interessiert mich ein S zum Beispiel überhaupt nicht. Naja, es gibt aber auch Leute, die sagen, ja, Tobi, ich hab S plus, ich hab S plus, ich hab S plus, freust du dich für mich? Naja, ja, schon, sehr, ja, mhm. Ähm, ich hätte zum Beispiel gemacht, was ich gemacht hätte ist, treff 5 Leute mit einer Ezreal Ult und das 10 Mal oder so und dann 100 Mal. Ähm, kicke mit Lee Sin 1 Gegner in 4 Gegner rein. Treff mit Natal und Ult 4 Gegner gleichzeitig. Ähm, oder lenke deine Tate, Alan Ult durch 4 Gegner gleichzeitig, die fliegen ja auch über die Map. Treffe mit deiner W 5 Gegner gleichzeitig. Machen Speer auf maximaler Distanz, wirklich maximale Distanz mit Lee Sin 1. Solche Dinge, die wirklich fucking, fucking schwer sind. Treff jede einzelne Heimatinger Rakete. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so schwer, weil man den gegen den stunnen kann, ne, aber das wären Änderungen oder Eternals gewesen, wo ich dachte, um, Sahne. Ja, was gibt's noch? Ähm, es gibt noch neue Skins. Blackfrost sieht super cool aus, der sieht geil aus, Alistair sieht super scheiße aus, Blackfrost Rex halt cool aus und Hextech sieht sowieso immer kacke aus. Hier ein kleines Sneak Preview. Also, ähm, ja, ich glaub, das Blaue hier sieht schon fast am besten aus. Rot geht auch noch, Schwarz geht auch noch. Ähm, ja, Türkis geht auch noch, Pink geht auch noch. Der hier unten, seht ihr kaum, aber geht auch noch. Und der Grüne ist auch nicht schlecht. Ja, okay. Äh, ja, der sieht ganz cool aus. Außerdem gibt's einen neuen Talon-Skin, der bald kommt, und zwar RPG-Talon, also RPG-mäßig, so Adventure-Talon. Sieht cool aus, gönne ich mir, will ich haben, freue ich mich drauf. Ja, ähm, sonst sind wir, glaub ich, durch, so ziemlich. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu den Internals und zu den Buffs, zu den Nerves und so weiter erzählen. Ähm, ja, ich wünsch' euch was. Haut rein, auf Wiedersehen, goodbye, tschüss und later. Ich hab euch lieb. Ja, auch. Schöne Nacht, gute Nacht, schlaf gut.